In einer Welt voller Terror. Die ganze Welt ist in unserer Hand. Welt. 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 Vergessen Sie's. Vergessen Sie's. Gibt es nur einen Mann. Ich komme mit dir. Aber du hast Kinder. Die können nicht Auto fahren. Also nimm mich. Gibt es nur zwei Männer, die uns alle retten können. Ich bin sicher, dass er es schafft. Von den Freunden der Macher der nackten Kanone. Wer sind Sie? Da steht nichts. Ich bin ja auch Geheimagent. Linda Harris, CIA. Wir müssen zusammenarbeiten. Meine Damen und Herren, ich bin glücklich und stolz, euch den neuen Aaron vorstellen zu dürfen. Aaron Man. Das ist eine Mischung aus einer Maschine und einem Juden. Hä? Ich weiß, was Sie über mich denken. Und ich denke genau das Gleiche über Sie. Dass ich tolle Titten habe. Keine Panik. Sie stehen unter dem Schutz des israelischen Geheimdienstes. Schnellen Sie sich an. Spinnen Sie? Wollen Sie mich umbringen? Für eine unglaubliche Mission. Verhaltet mich in guter Erinnerung. Nur ein wenig dünner. Gehen die bösartigsten Terroristen der Welt. Wollt ihr mich verarschen? Allen Widerständen zum Draht. Finishing. Im Wettlauf gegen die Zeit. Mossad. Dieser Film ist nichts für Spaß bremsen. Bei Lachkrämpfen holen Sie sich im Foyer eine Schale Nachos oder zwei bis drei weitere Bier. Schauen Sie bitte genau auf den Stift. Alles, was Sie gesehen haben, ist nun vergessen. Werden Sie damit mein Gedächtnis löschen? Nein. Werden Sie sich im Foyer eine Schale Nachos oder zwei bis 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 zwei Untertitelung des ZDF, 2020